Ich bin auch zu sehen. Endlich sind wir bei JP Performance angekommen. Ich habe gedacht, ich erwische JP persönlich hier. Das ist aber wirklich, glaube ich, genauso wie, als würdest du im Lotto gewinnen. Das ist unwahrscheinlich. Aber geh mal rein, schauen wir uns das Ganze mal an. So, unsere neuen Freunde. Den wollte ich schon immer angefasst haben. Ist ja nur Plastik. Der ist ja gar nicht echt. Cool. Komm, wir gucken uns die Autos mal an. Den hatten wir schon mal gezeigt. Da waren wir auf dem Nürburgring. Und ich habe gedacht, dass ich den JP da persönlich treffe. Aber da haben wir das Auto gesehen. So, das ist der neue Q7. Sieht man deutlich an den harten Kanten. Ich finde, da ist überhaupt kein Unterschied, ob das jetzt ein Mercedes oder ein Q7 wird. Pass her, ich habe was zu mitnehmen. Das sind Mitbringsel. Das neue Gebäude. Entschuldigung, Sie dürfen hier nicht parken, ne? Nein. Das ist ganz schlecht. Ganz schlecht. Ja, also JP würde ausrasten. Ich würde hier nicht parken. Und du hast ihn noch nicht erlebt. Würde ich nicht machen. Und du hast ihn noch nicht gemacht. Und du hast ihn noch nicht gemacht. Bis zum nächsten Mal. Oh, das wird dir gefallen. Komm mal her. Das ist ein Star Trooper. So, jetzt gehen wir mal shoppen, ein paar Klamotten besorgen, die ich schon immer haben wollte. So. So viele Klamotten hat er gar nicht. So, Bastian, jetzt gucken wir mal, ob wir das hier, ich brauche XXL. Wobei, wo ich den Typen da drüben gesehen habe, jetzt bin ich kein XXL mehr, jetzt bin ich S. Scheiße. Ich habe schon alle durch, war nur S. War nur S? Ist ja wahnsinnig. Mensch, alles ausverkauft. Was meinst du? Kannst du doch auch anprobieren, hier, in der Kabine. Was? Zieh mal hier an. Nee, der wird zu klein sein, ich sehe schon hier. Hast du eine Nummer größer? Nein, ja nicht. JP, wenn du das siehst, ich habe dem JP heute ein Geschenk da gelassen, da drüben. Ich denke, der wird sich sehr freuen. Wir haben ihm was Feines da gelassen. Du musst unbedingt was machen, die gehen hier Kunden durch die Lappen, ja. Ich glaube, damit sind die echt auch gefahren, ne. Da sind ja echt, echt auch. Nee, das ist foliert. Das ist nicht echt. Alter, das sieht so krass aus. Bastian, so ähnlich machen wir die neue Halle auch. Nur geiler. JP, dann bist du bei uns zu Besuch eingeladen. Wenn du willst. Natürlich. Da musst du aber auch ein Geschenk mitbringen, ne. Wenn du das siehst. Wovon ich nicht ausgehe. Aber wir versuchen es trotzdem. Ciao. So. Aber jetzt machst du die Kamera aus und wir gehen zusammen pumpen. Du bist cool, Mann. Mach's gut. Alter, das ist Mörder.